So, jetzt sind wir hier unterwegs, auf dem Weg zum Oberbayern, mit Klaus, vom Ballermann 6, auf dem Weg zum Oberbayern, heute vor seinem ersten Auftritt, jahrelang immer als Gast da gewesen, jetzt stehe ich selber auf der Bühne, manchmal werden Träume doch noch wahr, also, da haben wir, oh, jetzt muss ich mal aufpassen, vom Müllwagen überfahren, oh, warte mal, oh. Oh, ich bin so lange im Haus gewesen, ich glaube, mit den Frauen klappt es auch nicht mehr so, war sieben Monate eingesperrt, alles verlernt, nee, geht schon, ich habe mit dem Freund telefoniert, ja, nicht so schlimm, auf jeden Fall, ich bin ja stehen geblieben, also, manchmal werden Träume warm, ich werde, Servus, heute Abend Oberbayern, ja, manchmal werden die Träume eben wahr, Servus, oh, das überfährt uns echt noch, dann weg hier, ja, erster Auftritt, Oberbayern, geil natürlich für mich, da haben wir, müssen wir ein Auftritt noch mit Matthias reinfallen, aber nicht schlimm, und, ja, ich kann da vielleicht noch ein bisschen was von ihm glauben, da ist ja schon ein paar Jahre dabei, ich bin ja da noch ein junges Reh, was die Auftritte angeht, aber da geht es ja um meine Person, und die Leute gehen von ab auf mich, hätte ich nie gedacht, dass es so kompliziert wird, war doch, dass es so viele Leute anguckt, aber ich bin da, Oberbayern, Mallorca, haltet euch fest. So, da drüben, da laufen wir jetzt mal hin, da kommen wir mal, hängt da vielleicht sogar ein Plakat, ja, also, auf dem Rosenflyer habe ich mich noch nicht gesehen, da war nur Matthias Reim drauf, aber, oh doch, ich sehe mich schon, da vorne, ja, ja, da sehe ich mich, mit Rosa natürlich, so wie ich im Haus immer rumgelaufen bin, mit Rosa in der Hose, auf jeden Fall. Ich traue mich gar nicht. Sie ist ja doch, sie ist ja doch. Guck mal, da könnt ihr schon das Plakat erkennen, alter Schwede. Naja, nee, nicht alter Schwede, Argentinien, Argentinien haben wir 4 zu 0 geschlagen, Argentinien. Ich habe zwar nichts davon gesehen, Rambo. Rambo. Rambo, Luki, Luki, nein, ich bin Klaus. Klaus, Luki, Luki. Alkules, Rambo, ist alles drauf. Helmut, normalerweise. Oh, da geht's schon raus, wie kann ich? Wie kann ich? Hau mal. Wie kann ich? Guck mal, Klaus. Der Hammer. Guck mal, ich bin echt. Echt? Hahaha. Schon beklebt. Die Neider waren schon da, guck. Die Neider waren schon da. Ich habe ja viele Feinde gemacht im Big Waterhouse. Guck mal, kleben sich schon hier drüber. Aber egal, stehe ich drüber. Die Leute, die ich für mich waren, waren mehr. Bis zum Schluss halt. Aber schon geil, jetzt hier zu stehen und heute Abend live. Schon der Hammer. Sieht gut aus, oder? Ja. Sieht gut aus. Ich habe jetzt Augenbrauen. Anders. Das ist der Unterschied da. Ich habe Mutti versprochen, ich lasse wachsen. Du musst ja feststellen, ich bin schon anders genug als die anderen. Da brauche ich nicht noch Augenbrauen oder sonst irgendwas haben. Zudem her, fast, fast schon close. Der rollt das heute Abend. Okay, klar. Alles rein. Los, jetzt verkaufen jetzt.